äh, Fabrik rein Ja, die nehmen das ein, also das ist denk ich alles, was weiß ist Ja, wir könnten ihre rechte Flanke von hier aus sichern, äh Wir könnten aber auch den Panzer angreifen, indem wir an der Ortschaft, äh, auf 12 Uhr quasi vorbeistoßen und dann scharf nach rechts eindrehen Könnten wir machen Aber nur wenn der, nur wenn der Panzer, ah, erkannt, 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 dort Siehst du den Marker? Verschiebt sich grad nach links Äh, Treffer, äh, taucht gleich, äh, links bei dem Scheunentor auf Ja, da ist er Genau, erneuter Treffer, sehr schön Fert Äh, der steht ziemlich gut angewinkelt zu uns, weiß nicht, ob du den auf dem Turm schießen willst Ich hab auf dem Turm geschossen, weil ich nicht viel seh Ich schieß jetzt seitlich in die, ja, warte mal Ja, schieß, 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 schieß Sehr schön Der fährt grad seitlich, äh, links rein Jetzt ist er gleich noch ne Mauer, das ist kacke Ja, den starten wir uns sauber Link, Max, vorwärts Marsch, komm Ja, ich wollte ihn eigentlich hin, hab gewartet, um in den Motor zu schießen Ich weiß aber nicht, ob das in dem Spiel überhaupt irgendeine Auswirkung hat, wo man trifft Deswegen Sehr schnell Das ist ein bisschen Vollast, Link, Max, vollast Wir haben halt auch nicht die stärkste Waffe Er ist direkt vor uns gemeldet Seht ihr, da fährt er weg, ich halt an Direkt 12 Uhr Ja, ja, genau Ich seh' nicht, ah doch Alter, der hat bald schnell, ne, jeder gemacht Ja Oh, er war gegen Baum, oder? Ich weiß nicht, sonst Ja, das war, glaub ich Da wollen wir trotzdem nachher stoßen Ja Ähm, ist gefährlich, aber ja Ist aber, ich mein, der fährt ja grad ins Nichts, so Ja, der fährt halt zurück zu dem, wir haben ein Repair, wahrscheinlich Na, sehr schön, äh, wir können ja auch mit Sprung ziehen, aber in Link, Max, siehst du die Baumgruppe, äh, direkt 12 Uhr vor uns? Ja Okay, nächstes Sprung ziehen, dorthin Vorratsmarsch Ja, ich muss grad mit dem Zaun hier Geil Geil, das ist übelst risky, was wir machen, aber ich hab da jetzt Bock drauf Ich höre Rechtsschüsse Äh, ja, wir haben eigene, äh, am Ortsausgang, äh, die auf irgendwas schießen, ich seh's immer noch nicht auf was Wir haben feindliche Infanterie auf dem Feld, ähm, bei, äh, 60 Ja, soll ich anhalten, oder? Ähm, ich weiß halt nicht, was der für ne Beöffnung hat, oder ob man den Kopf hat, oder? Ich weiß nicht, was der für ne Gebrauch ist ignorieren können Sobald du das Sprungziel erreicht hast hier, halt mal an, genau So, ich guck, ob ich den Haio nochmal seh Ich schau lieber nach vorne, nicht, dass der Panther da auftaucht und uns blöd erwischt Wir stehen halt Ich habe nur noch 13 Schuss Ich höre damit, komm mal hin 13 Schuss, was? AP Okay Und 49 HE Ja Ja Äh, ich hab Es ist halt hier relativ viel, das Parry ist echt gut, äh Vor allem wie die Verwirrte rumrennen Feind auf dem Feld 106 Das muss ich mich aber fast komplett drehen Ne, Quatsch, ne, 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 ne Streichel letzten, das ist ein eigener Das ist ein eigener Äh, sorry Ab da sieht man eigentlich die, die eigene Marker nicht mehr, das ist auch interessant Da muss man dann wieder mit der Karte vergleichen Ja Auch spannend Vor uns rennen einfach Infanteristen rum Also, äh, friendly Naja, die rennen aber ziemlich, sinnlos durch die Gegend Ja, könnten auch Bots sein Ja, also der vor uns, ich weiß nicht, was der macht Ja, ähm, und das hinter uns wurde wieder eingenommen Das hinter uns wurde wieder eingenommen? Ne, wird wieder eingenommen Ja, irgendwo hatten sich halt irgendwo ein paar Gegner versprengt, die waren wahrscheinlich allein unterwegs Ja, da sieht man so einen roten Balken, der langsam den blauen überschreibt Mhm Mhm Soll ich mich drehen beim Turm? Ne, ne, alles gut Du wirst ihn jemanden sehen Wir können Die werden sich da versteckt nur auf dem Punkt Rechts ist irgendwas explodiert Das klang eher wie ein Schoss, ne, aber ich kann grad noch nichts aufklären Wir gucken auch bissl gegen die Sonne Ist relativ schneeblind auf Distanz für mich Links schießen im Geo Ei, Panzer, äh, auf Wanne, Wanne, zwölf Uhr, Wanne, zwölf Uhr, Panzer nach links drehen Äh, äh, Tom? Ich dreh schon, ich dreh schon Ich dreh schon Genau Damit du schneller drehst Ja, so, direkt vor dir tauchte Clay auf Sehr schön, sehr schön Und den geben wir sowas von einem rein Oh, Feuer Ja, hab ich verfehlt? Alter, übelst verfehlt, wo ging das Sinn? Ja, unser Panzer wackelt hoch und runter, ich weiß nicht warum, mein... Wenn du geschossen hast, fahr ein Stück zurück, ne? Okay, ja, ich hab geschossen Sehr schön Ne, bleib doch stehen, bleib doch stehen Feuer Jawoll Wo soll ich hinschießen? Unten, oder? Äh, der Typ Ausgestiegen Ausgestiegen, ja Sehr schön Habt er Warum steigt der aus? Weil der Hunter unterlegen ist Keine Ahnung Haben wir gerade ihn gefressen, oder? Ja, ja Der schießt mit dem hier auf uns Ja, das ist ganz gut Ich denke, wenn du auf den Turm schießt, ist das vielleicht noch das Beste, oder? Der dreht, der dreht Ja, der will jetzt den Plotor, ja, sehr schön Siehst du, ich sag doch, die Position hier war Gold wert Der hat uns nicht gesehen, ne? Also, guter Call Ja, deswegen Äh, wir müssen zurück, weil wir haben Factory verloren